hi leute und willkommen zurück zu naruto ulti mitten in der storm 3 so wir haben im letzten part gegen daidera und sasuri gekämpft mit kabuto kankuro sorry mit uns zwei und wir haben es gerade so noch geschafft zu gewinnen gesagt wenn es mit wenn es zu daidera kommen da bin ich echt schlecht also dass der charakter wo ich meistens mal abkacke aber wir haben es ja noch geschafft gott so dass er dank kioskete edo tänse de kattest amount amasio winstern am den nando dem of kattします koko atasya Ich glaube es ist die Zeit, aber ich werde es schwer zu verraten. Ich bin auf der Kugel. Ich bin auf der Kugel. Ich bin auf der Kugel. Und ich bin auf der Kugel. Das war es so. Ich bin auf der Kugel. Das ist nicht so, was ich nicht so, was ich nicht so richtig machen kann. Ihr seht was, was ich hier zur Fähiglerung. Das ist ja. Keine Sequenz mit Sasori oder so? Habe ich vielleicht gedacht. Fikamarus Vater. Inos Vater. Ich könnte meine Arme nicht die ganze Zeit in die Lüge fallen, alter. Fikamarus Vater. oh will über strategie hat das nächste schlachtfeld aus dem du spielen möchtest wenn du zwischendurch speichern wird kannst du die karte dafür verlassen wir dürfen also aussuchen wo wir mit den kämpfen zuerst beginnen ich würde sagen wir gehen von der nummer 1 also fangen mit der nummer 1 an und arbeiten dann unseren weg hoch so dann beginnen wir den kampf mit ich da hieß doch darui daui okay also da können wir noch nicht hin da der feind noch ein bisschen weiter weg ist dann machen wir mal die zweite kompanie ok 2 können wir auch nicht spielen die versuchen wir jetzt mit nummer 3 ok können wir nummer 5 spielen so ging diese hand zu hat mich schon mal gekämpft vor etwas jünger war und der hand so hat ihn noch eine chance gegeben und wie ich weiß er ist ein ninja oder samurai der gifte benutzt das ist es ist es ist es ist es ist es ist Ich bin das hummmt. Ich habe noch einengradensten Kdo. Wenn ich meine Kdo, dann habe ich mir meinen Kdo. Ich bin der Zeit einfordel. меня ist es ein Kdo. Ich bin der Kdo. Wir machen die Kdo und ich werde dein Kdo. Ich muss sagen, was ich bin mein Kdo. Es ist ein Kdo da. Ich bin der Nenke und erfreundet. Das war's für mich. So, wenn ich ehrlich bin, es ist das erste Mal, dass ich jetzt mit Mifune kämpfe. Ich habe ihn noch nie benutzt, auch nicht im Online-Modus. Ich weiß noch gar nicht, ob ich ihn überhaupt freigestaltet habe. Ich glaube noch nicht, oder? Keine Ahnung. Jedenfalls das erste Mal, wir spielen Mifune, der Samurai, gegen Hanzo. Hanzo reint sich auf Danzo. So, ähm, Kampfgefühl und feindlicher Angriff vergiftet dich tödlich. Oh shit, giften wir mich gegen Feind? Kampf mit ultimativem Jutsu beenden. Okidoki. Nein! Wow! Ja, toll. Fängt gut an. Wir sind vergiftet. Mal gucken, was für einen Mose wir so drauf haben. So. Okay, jetzt kommt das ultimative Jutsu. Das sehe ich jetzt auch für den ersten Mal. Oh shit, aber ich... Nein, 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 nein. Nische was wir so drauf machen. Naja. Ich kann mich ja heilen. Na komm her. So. Sieht gar nicht schlecht aus. Ist doch richtig auf Ninjas-style. Ich meine eigentlich ein Samurai. Han, Wiederbelebung. Also ich glaube, es ist lieber ein Han so, ne? Ja. Hanzo kann auch so ne Kröte oder so, nicht ne Kröte, was ne Kröße, Kröte, irgendwie so ein Vieh beschwören, was mit Gift vollgetankt ist, sag ich mal so. Was ist ein Salamander? Irgendein Vieh. Was ist coordinuer, zur Macht? Das nước, in dem kleinen Gewinnen. Das Stahl hatte ich diesem Angeteuer anbelangt. Achtung zu quenem somene Kostür, dashouses andere Land anbelangt Holland. Ich sygennteig, dann kommt es zu den Wunden um Garten mit Stick. Okay. Und jetzt weiter geht's? Oder wie läuft das jetzt? So, dritte haben wir ja geschafft! Und hier sehen wir auch, wir haben ihn besiegt. Im Moment, Leute, im Moment. So, das Team... Ach, die haben es auch geschafft, okay. Ich dachte, ich muss hier ja jedem einzelnen spielen. So, wir speichern hier. Ich könnte jetzt die dritte Kompanie spielen, was ich auch mache. Ich habe mir jetzt mal gedacht, soll ich alles in einem einzelnen Part machen, jede Kompanie im einzelnen Part, aber dann, nee. Ich meine, ihr wollt auch bestimmt sehen, wie es jetzt geht's weiter geht, ne? Okay. 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 Wenn wir diesen Nebel nicht kennen, Leute. Unser Dämon, sag ich mal so. Oh. 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 Zabuza, Momente, Onhaku. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr so am Horten aber... Das ist mir doch nicht... Ich bin der Hauptsache, dass du auf dem Horten gehst und in der Erde ging. Aber ich bin mit einem Begriff, um zu haben, und bin bei Haku. Ich habe gedacht, aber... Ich glaube, dass hier nicht nur in der Welt oder in der Erde ist. Hier ist der Realität der Welt. Das ist nicht deinem Ort. Zabuza... Haku! Oh, das ist großartig. Der Kunoichi-Kakashi-Kakashi-Kunoi. Das Kind ist gut, oder? Huh? Ja. Zabuza, das war's für euch, dass Naruto es gesehen hat. Und das war's für euch. Das war's für euch. Daher war das, dass du über sie nicht verletzt. Er wird schneller. so kaputu kontrolliert sich jetzt also er kann es ja so machen in er kontrolliert sie oder er kann den den freien willen geben wenn er will manche muss er nicht kontrollieren da die wieso kämpfen wollen also ja karei sinna noa moっと別の理由 so zabuza kimi noo do und daなんて思っちゃいなかった Zabza 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 haben die keinen freien Willen mehr Wie wir an den Augen erkennen können Und los geht's wahrscheinlich Wir mit Sakura und Lee gegen Zabuza und Haku Oder andersrum Haku und Zabuza So ich pack mal kurz ne Wundersalbechen Und Kampfbeginn. Yep, also wir mit Kakashi und Sakura gegen Zawuza und Haku. Also Haku kommt aus dem Yuki, klar, das haben sie schon mal erwähnt, weiß ich jetzt nicht. Was für ein Ultimate kämen wir. Ach so, schatten gar nicht mehr. Das war ein schneller Kampf. So, ich habe den Kampf mit in den Yuzu beendet, weil die Voraussetzung ist so satt. Und Utakata wieder bei der Ebene. Utakata. Was ist das denn? Oh, ich weiß was. Die Samurai, äh, Dings, wie heißen die? Irgendwas mit Samurai-Kämpfer, Schwert, ne, irgendwas mit Schwert. Schwert, ne, genau. Ist das Dings? Ne, oder? Das war nicht Saïs Bruder, oder? Ne, oder, oder, oder? Keine Ahnung. Das ist ja auch was Sache. Müssen wir jetzt gegen jeden einzelnen kämpfen, oder wie müssen wir das jetzt machen? Wie sollen wir das machen? Gibt es heute einen Kampf, wo wir einfach alle sagen können? Kräuter und die Saks besegen müssen. Glaub ich zumindest. Also ich habe das noch nicht gesehen. Ach, Sakura hat mir selbst Vertrauen. Ja, ich bin bereit. Mal schauen, wie ich mich so mache. Ich hoffe gut. Ich hoffe. Ich mache es gut, gut, gut. Oh, die ultimative Entscheidung. Schwierigkeit? Ich weiß, das ist ein bisschen verrückt, aber wir dürfen hier keine Zeit verschwenden. Okay. Und Helm? Okay, machen wir das. Nein, nein, nein. Das wird ein Boss-Camp. Wird doch mal Zeit. Ne, das ist doch nicht Zeit, Bruder. Glaube ich zumindest nicht. Wie sollen wir das schaffen? Machen wir mit dem Charakter einen Kampf oder... Wow, wow, wow. Die Technik habe ich nicht sehen, kommt. Alter. Ey, wo bist du? Schwert Ninja. Oh Gott, das ist nicht gut, Leute. Ich meine, mit jedem Angriff, den er macht. Jetzt sehen wir erstmal hier die kleinen Fische, sag ich mal so. Okay. Oh god, mamma mia, zei ich dazu. Nein! Ich darf nicht um... Ich darf nicht um... Ich darf nicht um... Ich darf nicht um... Ich hab's geschafft! Wow! Gut gemacht Sakura, ich bin stolz! Auf dich! Einen haben wir geschafft noch! Fünf vor uns! Ach nö! Gegen zwei! Nein, nein, nein! Nein! Nein, nein, nein! Oh, shit, he should! Oh, shit, he should! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ich hab mich an- Nein, nein, abbrechen! Ich muss schnell den Finisher benutzen. So, den haben wir jetzt auch unter uns. War gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Also, der Typ, mit dem wir gegen Sakura gekämpft haben, war eindeutig schwerer. Gut gemacht, Leute. Und ich glaube, im Legendenmodus kämpft man gegen alle gleichzeitig. Oh Gott. So, ist das jetzt Sky? Irgendwas gegen drei Schwertkämpfer? Oh-oh, was ist das? Was macht er? Was macht er? Oh ja. Und ich sehe die Fluchtwürfe. Ich bin von der Aktivist Elise, die ich beschämt habe. Oh Gott. oh-oh-oh. Oh Gott. Dann kommt da zu mir. Oh Gott. Ich bin von der Aktivisten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Bruchung-Rate interested. Oh Gott. Oh Gott. Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hier, einer Winga. Sorry, dass ich gerade nicht sprechen kann, aber ich muss mich echt konzentrieren. Oh, okay. So, Mangetsu, Hususuki haben wir ja auch besiegt. Wow, das war ein guter Kampf von uns. Und ich würde sagen, ich beende hier den... Okay, nicht. Wir machen hier das noch schnell zu Ende. Ich wollte gerade hier den Part beenden, aber da wir hier jetzt alles geschafft haben, sollten wir das speichern dürfen. Oh, okay, wir machen doch noch ein Kämpfchen. Okay, das wird wohl doch ein lange, lange, lange Part. Könnt ihr euch schon mal freuen? Ja, Gefahr der Sieben Schwert Ninjas. Wir gegen Sabuza. Mal schauen, mal schauen, wie wir uns so machen. Und Haku, na klar. Sag das nicht so, Koi-Sashi, wir haben kein Hai-Yutsu, da gar nicht. Hier kann man, glaube ich, zwei Evente auslösen. Ist doch egal. Das sind oben zwei Kreise. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was bedeutet, wenn die so gelbeleuchten? Ich habe keine Ahnung. Okay, sollte aufpassen Das kennen wir ja schon von irgendwo her, ne? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja, ich weiß nicht, ob ich diese Kreise irgendwie auslösen kann. Das sieht ja nicht gerade viel aus, ehrlich gesagt. Das war aber vor dem Kampf auf der Brücke. Das war's. Das war's. Was für ein Ultimative Süßes haben wir hier? Oh, okay, Quicktime. Huh. Uh-oh. Nicht gut. Wie erwacht man nochmal? Scheiße. So. Ach so, ich dachte Quicktime. Ach so, ja. Ach so. Sorry, wenn ihr das Drücke drücke jetzt hört, aber es muss sein. Ach so, wir haben es geschafft. Und damit haben wir auch Sabusa befreit. Ich bin der nicht einfach. Ich bin der nicht so, wie bei dir. Ich bin der nur für dich. Ich bin der gleiche Lieblchen. Mein eigener Lieblchen. Ich bin der nicht so, dass du jetzt bist. Ich bin der nicht so, dass du dein Lieblchen. Ich bin auch. Also der Kampf, ich würde nicht sagen, es war schwierig, aber es gab so eine Szene, wo ich glaube ich die ganze Zeit kreisdrücken musste, das war schwer. Kakeishi-Sensei! Ich bin der Edo-Tensei. Ich kann das nicht verraten. Ich bin der Zeit, aber ich bin sehr schön. Ich bin der Zeit, dass ich die Schmerzen des Ego-Tensei habe. Ich bin der Ego-Tensei. Ich bin der Ego-Tensei-Kopie-Ninja-Kokashi. Ich bin der Ego-Tensei. Ich bin der Ego-Tensei. Muss ich jetzt gegen die kämpfen, oder wie läuft das jetzt? Ja, nein, muss ich nicht. Und hier sehen wir gleich wieder das Schlachtfeld, also die Karte. Hm. Na ja, die stärksten Leute sind ja noch nicht auf dem Feld, würde ich so sagen, ne? Kapitel 6, der Krieg bricht auf. Ich möchte jetzt eigentlich speichern und den Part beenden, Leute. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir irgendwie auf Naruto zurückkommen jetzt. Ringe um die Ninja-Allianz. Ich bin noch nicht bereit. Ich will speichern. Speichern, speichern, speichern. Kapitel 7, Überlebenskampf an der Kiste. Ja. Ich bin noch nicht auf den Kisten. Ich bin noch nicht auf den Kisten. Ich bin noch nicht auf den Kisten. Ich bin noch. Daher sind die Kisten. Ich habe also die Kisten. Bitte, lass mich irgendwo speichern. Ich bitte. Nein, ich bin nicht bereit zum Kämpfen. Okay, wir werden wahrscheinlich in einer Stunde Part sich jetzt schon kommen. Nur hoffe ich, dass sie jetzt hier nichts leckt oder so, ne? Weil dann raste ich es auch. Dann raste ich es aus. Darius Schlachtfeld. Wie ging Kinkaku und... Ich habe den Namen vergessen. Kankaku, Kinkaku, Kinkaku und... Irgendwas war das. Kinkaku... Ach, werden wir gleich sehen. Kinkaku und Kinkaku. Achso, Ka und Gi. Leute, ich habe keine Zeit für euch. Muss ich sie eigentlich besiegen? Ich weiß das gar nicht. Oh! Nee, hau ab hier, es will ich gar nicht haben. Sorry Leute, Reissussen. Was passiert jetzt? Ey, jetzt beschwöre ich deine Zeile. Ich bin bald da, Leute. Ich bin bald da, Leute. Ich bin bald da. Ey, du hast keine Chance gegen mich. Oh. Sein schwarzer Blitz finde ich echt schön, also sieht gut aus. So, dich haben wir damit besiegt. Los geht's, unsere Truppe hält nicht mehr länger aus. Ich bin bald da, ich bin bald da, ich bin bald da. Was machst du da? Ich meine, ich hab ja nicht so viel Zeit verbraucht, aber guck mal, die Leute von uns haben nicht nicht mal die Hälfte mehr am Leben. Ich bin bald da, ich bin bald da, ich bin bald da. So, die haben ja so ein Jutsu drauf, wenn man ein Wort, was man täglich sagt. Dann wird man eingesaugt. Und die waren auch im Körper von Dings. Ich hab den Namen vergessen. Den neunschwanzigen für ein paar Monate. Ich sollte aufpassen. Oh, shitty shit. Oh. Nicht gut. Einen haben wir besiegt. Und wenn wir es noch mal nicht mehr. Ist es ein Charakter? So, den nächsten haben wir jetzt gesehen. So, der Kampf war okay, sage ich mal. So nicht wirklich schwierig, aber auch nicht wirklich einfach mittelmäßig. Und ehrlich gesagt, ich möchte speichern, weil ich habe Angst, dass Camtasia wieder aufgenommen hat, dass es laggt. Und das will ich ja nicht. Ja, ich weiß nicht. Das ist das Wort, was er auch jedes Mal noch sagt. Also zog mir leid. Das ist das Wichtigste. Leute, Leute, lasst mir auch mal Zeit zum Speichern. Sieht nicht so aus. Doch! So, Leute, ich beende hier den Part und ich hoffe, ihr freut euch auf den Part, weil es so lang ist und dass er euch gefällt. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüssi!